Also lieber Uwe, ich wünsche dir alles, alles Gute zum 75. Geburtstag. Es war immer sehr, sehr angenehm dich zu treffen, immer positiv, immer fröhlich, immer gut gelaunt und wir beide sind ja auch Adidas-Leute und haben uns immer wieder bei diesen Events von Adidas getroffen und ich freue mich ganz besonders, dir gratulieren zu dürfen, alles Gute. Hallo Uwe, alles Gute zu deinem 75. Ich wünsche dir alles Gute, auch von der Mannschaft und wir werden uns ja noch öfter über den Weg laufen. Lieber Uwe Sehler, alles Gute zum 75. Geburtstag, nicht nur von mir persönlich, sondern auch von über 70.000 Vereinsmitgliedern. Alles Gute nochmal und einen schönen Tag. Die herzlichsten Glückwünsche. Ich erinnere mich sehr gerne noch an unsere Zweikämpfe und ich hatte das Glück gegen dich spielen zu dürfen, weil ich dadurch ja auch Profil gewonnen hatte. Uwe, alles Gute. Lass es dir gut gehen. Wir sehen uns bald wieder. Lieber Uwe, zu deinem 75. Geburtstag wünsche ich dir von Herzen alles, alles Gute. Ich drücke dir für die weiteren Lebensjahre die Daumen, dass du gesund bleibst und weiterhin glücklich bleibst. Wir hoffen alle, dass es dem HSV dann auch wesentlich besser geht in Zukunft. Auf der anderen Seite muss ich dir sagen, du bist und bleibst einer der Größten. Super. Ja, lieber Uwe, alles, alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir. 75 Jahre bist du jetzt geworden, eine lange, lange Zeit. Ich hoffe, du hältst noch viele Jahre durch und drückst in deinem HSV alle Daumen. Ich bin sehr froh, dass ich dich noch kennenlernen durfte und hoffe, dass wir auch gemeinsam einen weiten, weiten Weg zusammen gehen. Wir beide sind ja Skorpione, wie ich erfahren habe und die Skorpione zeichnen dir immer so ein bisschen der Ehrgeiz und die Durchsetzungsfähigkeit aus und das hast du bewiesen. Alles, alles Gute, viel, viel Gesundheit und Feier schön. Hallo Alter, herzlichen Glückwunsch zu deinem 75. Auch wenn man das dir nicht ansieht. Ich hoffe, wir haben noch ein paar schöne Jahre vor uns. Wir hatten irgendwann mal drüber gesprochen. Bei 95 fangen wir an zu denken, wie viel Zeit wir noch haben. Bleib so wie du bist. Die Frage, dass du dich nicht verändern sollst, müssen wir nicht stellen. Besser geht's nicht, Alter. Macht gut, bis dann. Alles Gute, tschüss. Ja, mein lieber Uwe, es ist fast 40 Jahre her. Dürfte ich eine meiner schönsten Arbeiten für dich machen. Dein Abschiedsspiel zu organisieren, das war unglaublich, das war toll. Jetzt bist du 75 und ich hoffe, irgendwann darf ich für dich nochmal etwas zu einem Abschied organisieren. Ein Leben lange, lange, lange für dich, für deine Familie. Alles Gute, tschüss. Lieber, mein lieber Uwe, du hast heute Geburtstag. 75 Jahre wirst du alt. Ich freue mich, dass ich dich kennenlernen durfte. Du bist ein Hamburger, wie er in Buche steht. Du hast diese wunderbare Hansestadt geprägt mit deiner Art. Und ich glaube, alle Hamburger, und ich schließe mich da ein, sind stolz auf dich. Mach weiter so. Das kann ich dir als braunweißer St. Paulianer von ganzem Herzen wünschen. Hallo, lieber Uwe, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich weiß, es ist der 75. Als Hamburger Jungen bist du ja Stadt bekannt. Und wir haben uns schon diverse Male getroffen. Ich wünsche dir Gesundheit, Fröhlichkeit, mach dir nicht so viel Sorgen um den HSV. Es wird schon. Lieber Uwe Seeler, zu deinem 50. Geburtstag alles Gute. Du hast ja eigentlich alles einer der wichtigsten Menschen in Deutschland, in Hamburg und im deutschen Fußball. Und ich wünsche dir Gesundheit und das Beste dir und deiner Familie. Und ich hoffe für uns gemeinsam, irgendwann geht es wieder aufwärts. Du weißt, wir sind alles Kämpfer, gehöre auch dazu. Und ich freue mich sehr, dass ich dich kenne. Herzlichen Glückwunsch. Lieber Uwe, alles Gute zum Geburtstag. Viel, viel Gesundheit. Den Rest musst du dir kaufen. Ich bin jeden Tag in deiner Nähe und atme die Atmosphäre und sauge auf, was der Geist vom Ochsenzoll alles so verbrochen hat. Wir arbeiten daran, dass der nächste Uwe kommt. Du hast ja schon einen in die Umlaufbahn gebracht und mal sehen, ob wir den auch dazu bekommen, dass er auch Tore im Hinterkopf macht. Viel, viel Spaß an deiner großen Feier und auf die nächsten 75 Jahre. Hallo Uwe, ich wünsche dir zu deinem Ehrentag alles, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Bleib so, wie du bist. Es kann dir im Leben nicht mehr viel passieren. Uwe, es ist wieder mal soweit. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute zu deinem 75. Geburtstag. Bleib weiter so, wie du zurzeit in Form bist. Und dann erlebst du sicher auch wieder bessere und schönere Tage mit und für deinen ASV als im Moment. Alles Gute. Lieber Uwe, herzlichen Glückwunsch zu deinem 75. Geburtstag. Bleib so, wie du bist. Und vor allem gesund. Alles Gute. Holla. Lieber Uwe, ich wünsche dir zu deinem 75. Geburtstag alles Gute. Und denk an die schöne Zeit beim ASV, die wir hatten. Ich wünsche dir viel Glück und vor allen Dingen Gesundheit. Alles Gute. Dein Frank. Tschüss. Hallo Uwe, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Zu deinem 55. Ich wünsche dir vor allem viel Gesundheit. Und dass dein ASV ewig in der ersten Liga bleibt. Und eine wunderbar schöne Feier. Alles Gute. Dein Ingres. Hallo Uwe, ich wünsche dir alles Gute zum 75. Geburtstag. Und hoffe, dass wir uns noch oft bei der Uweseler Traditionsmannschaft sehen. Lieber Uwe, ich wünsche dir alles Gute zu deinem 75. Geburtstag. Ich wünsche dir und deinem ASV alles Gute, dass wir uns nächstes Jahr in der Bundesliga möglichst auf Augenhöhe wieder treffen. Und dir persönlich natürlich alles Gute. Und dir persönlich natürlich alles Gute deiner Familie. Alles Gute. Viel Gesundheit und viel Freude in den nächsten Jahren. Hallo Herrmann. Hallo Uwe, alles Gute zu deinem 75. Geburtstag. Ich wünsche dir alles Gute, Gesundheit und das, was du dir persönlich wünschst. Und natürlich auch, dass wir vielleicht nochmal in einem prominenten Spiel zusammen auflaufen. Alles Gute und alles Gesundheit für dich. Hallo Uwe, zu deinem 75. wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Bleib so, wie du bist. Und dann gewinnt auch vielleicht nochmal unser Club. Und ich glaube, wenn du die Daumen drückst, steigen wir hier ab. Okay Uwe, alles Gute, alles Liebe. Bis dann. Ciao. Herr Uwe Seeler, herzlichen Glückwunst zum 75. Geburtstag. Ich freue mich drauf und viel Gesundheit noch und bleib so, wie sie sind. Mein lieber Uwe, zu deinem 75. wünsche ich dir alles Gute. Beste Gesundheit ist immer das Wichtigste, weißt du selber. Und natürlich, bleib so, wie du bist, das ist das Entscheidende. Lieber Uwe, ich wünsche dir zu deinem 75-jährigen Geburtstag alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit. Und ich hoffe, dass dein HSV in diesem Jahr einen gesicherten Platz im Mittelfeld erreicht. Das sind wir unserem großen Idol in Hamburg schuldig. Herr Uwe, ich möchte dir ganz, ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren, zu deinem 75. Ich möchte dir von Herzen alles Gute wünschen. Viel Gesundheit und viele, viele schöne, frohe Jahre im Kreise deiner Familie und natürlich im Kreise des HSV. Ich kann mich erinnern, ich bin als junger Bursche nach Hamburg gekommen und dann haben wir gerade im Rathaus 1986 deinen 50. Geburtstag gefeiert. Und du warst für mich damals schon eine Legende und bist bis zum heutigen Tag immer eine Legende für mich geblieben. Und was ich besonders an dir schätze, nicht dass du der größte Fußballer des Hamburger Sportvereins bist, sondern dass du ein wirklich sehr, sehr guter Mensch bist. Alles Gute für dich. Bedeut. 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 Bedeut.